Wir haben die gegenwärtige Situation analysiert und sie bleibt auch anderthalb Wochen nach den Unterschriften unter das Minsker Agreement höchst fragil. Es ist festzustellen, dass es in den letzten vier Tagen eine Reduzierung der Gewalt gegeben hat. Aber es gibt unverändert zahlreiche Verletzungen des Waffenstillstandes und insofern ist allen Beteiligten klar, dass die ganze Entwicklung sich auch sehr schnell wieder gewaltförmig entwickeln kann. Vor diesem Hintergrund müssen wir noch ehrgeiziger sein, die einzelnen Schritte aus dem Minsker Agreement jetzt in die Tat umzusetzen. Bei dem Hintergrund mag es ein ganz gutes Zeichen sein, dass auf der militärischen Ebene jedenfalls eine erste Verständigung über den Abzug schwerer Waffen zwischen der ukrainischen Seite, der russischen Seite und Vertretern der Separatisten gegeben hat. Es kommt nur jetzt darauf an, dass diese Vereinbarung auf der militärischen Ebene in die Tat umgesetzt wird und dabei sind wir noch nicht. Deshalb muss es jetzt in den nächsten Tagen genau darum gehen. Zweitens, das Ganze wird befriedigend nur sein, selbst wenn der Abzug beginnen sollte, wenn das ein kontrollierter Prozess ist, der der Verifizierung der OSZE auch tatsächlich zugänglich bleibt. Deshalb hat heute im Mittelpunkt unserer Gespräche gestanden, wie wir die OSZE und ihre Möglichkeiten so weit verbessern, dass ein hoffentlich bald beginnender Rückzug der schweren Waffen auch tatsächlich überwacht werden kann. Es ist gut, dass alle vier Seiten hier vertretenen Parteien heute gesagt haben, es kommt jetzt darauf an, dass wir zunächst mal das bestehende Mandat der OSZE verlängern. Das läuft Ende März aus und wir haben heute gesagt, wir ergreifen gemeinsam eine Initiative, so bald wie möglich dieses bestehende OSZE-Mandat um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wenn die Überwachung des Minsker Agreements jetzt notwendig wird und notwendig werden kann, dann geht es aber auch darum, die OSZE zu stärken. Deshalb haben wir die Mitgliedstaaten der OSZE dazu aufgerufen, jetzt notwendiges Personal auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Der OSZE die Möglichkeit zu geben, auch mit technischem Equipment die Einhaltung des Waffenstillstandes zu überprüfen und am Ende gehört dazu auch die notwendige Finanzierung der OSZE, der es dringend bedarf. Wir haben heute unsere Mitarbeiter, die politischen Direktoren gebeten, in der Zeit, in der wir uns auf Ministerebene nicht sehen können, den Kontakt so dicht zu halten, die Treffen untereinander so dicht zu halten, damit wir jederzeit in der Lage sind, erstens den Status der Umsetzung der Minsker Vereinbarung zu überprüfen und auch notwendigerweise, wenn notwendig, auf der Außenminister-Ebene uns wieder betreffen. Ich hoffe im Übrigen, dass es nach den Ereignissen um de Balcivo keine weiteren Versuche geben wird, von Seiten der Separatisten den eigenen Einflussbereich auszudehnen. Ich habe auch gegenüber den deutschen Medien in jüngster Zeit gesagt, käme es zu dem, was manche befürchten, dass auch ein Angriff auf Mariupol stattfindet, würde das die Geschäftsgrundlage für Minsk natürlich völlig verändern, dann ständen wir für eine neue Situation.